UNTERTITELUNG Sie haben wirklich alles zusammen gemacht. Sie waren immer da. Wie geht's denn jetzt weiter? Keine Ahnung. Ich muss jetzt Mama und Papa gleichzeitig sein. Papa! 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 Der ganze Kram, der muss raus. Es ist auch besser für Lilly, wenn sie nicht die ganze Zeit an Julia erinnert wird. Mama? Ich glaub, ich hab Mama gespürt. Was ist eigentlich eine Seele? Lilly? Weißt du, dass Mama da nicht wirklich oben ist, oder? Nur weil du sie nicht sehen kannst. Ich halt sie in dem Haus nicht mehr aus. Sie gehen nach Hause und schlafen ihren Rausch aus. Deine Tochter spricht lieber mit ihrer Totenmutter als mit dir. Hau ab! Ich muss für Lilly da sein, aber ich schaff die einfachsten Sachen nicht. Wir sind komplett pleite. Ich brauch ein Lotto-Gewinn. Die brauchst du schon länger. Was sie für dich war, kannst du nicht verlieren. Wenn doch. Dann musst du sie wiederfinden. Das gehört dazu. Ich kriege ihn! Ja! WELCOME! 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 Vielen Dank.